Ich bin halb 12 Uhr. Brauche ich einen Sniper. Robert. Siehst du? Ich sehe gar nichts. Ich habe hier keinen Sniper drauf. Das ist nur ein Rotpunkt. Das ist ein Rotpunkt. Du meinst da bei den Bäumen da? Ja, hier. Das ist der Fall. Siehst du das? Ich bin halb 12 Uhr. Feier Team M. Charlie Gruppe 1. Die Position. Leider dich. Ungefähr da, oder? Ich kann dich hören. Ungefähr noch 50 Meter voraus. 2 bis 50 Meter. Dann bist du auf meiner Höhe. Und nochmal 30 Meter. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Der Rest deiner Gruppe ist doch gerade hier an mir vorbeiget. Stopp, stopp. Ich bin nicht da vorne. Leider, wo trefft. Stopp. Brauche ich. Brauche ich. Ja. Dein Herz nicht. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich schon. Drei Mann genau an der Kante von der Anhöhe. Gerade zu. Ein Uhr. Kürzer. Das Ziel ist, wenn man hier drauf hat. Dann könnte es gegeben werden, wenn man aufstehen hat. Der Haupt lässt wirklich drauf. Ich bin jetzt 10 Meter. Ich bin der Weiß-Groß weg. Ja, hier. Ja, hier. Genau, 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 hier. Vorrücken. In der Richtung des Drahts. In der Richtung des Drahts. In der Richtung des Drahts. Eimer. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Guck raus. Guck raus. Guck raus. Guck raus. Guck raus. Okay, vorrücken, komm. Och, neudem. Guck raus. Oh, 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 oh. Hitsch! 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 Nach 10 Minuten wiederhole ... Hügel oder Lass? Rechts oben. Wenn Sie gehen weiter voren, sollen wir nach links? Nein, geradeaus und dann links schneiden. Geradeaus, vor. Siehst du den? Ja, ganz schlecht bloß. Siehst du den? Ja, ganz schlecht bloß. Vor, vor, vor! Vorrücker los! Vorrücker los! Vorrücker los! Vorrücker los! Vorrücker los! Vorrücker los! Ich bin ja wieder hier. 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 Ich bin ja wieder hier.